hallo und herzlich willkommen hier wieder bei julie die partyköchin wenn es heißt ich brille für und mit euch und heute mit einem monstrum das ich da ansatz mache heute eine geschmorte kalzhaxe mit gemüse im dutch oven und die wird nicht mehr für heute fertig werden aber ich werde sie auf jeden fall einmal mit euch machen den ganzen anfang und ich zeige euch aber vorher noch etwas ich habe seit 11 uhr am vormittag hier auf dem grill schon was laufen das ist zwar für meine empanadas also hier habe ich ein pulled pork und ein pulled beef da fängt man schon richtig an zu sehen wie das schön weich wird das braucht noch ein paar stunden das ist jetzt nicht geschmort wie man sich vorstellen kann mit irgendeinem zusätzlichen saft und ich habe heute entschieden dass ich es einfach immer wieder wende und dass ich den eigenen saft auf fange vom fleisch und das lasse ich jetzt einfach so weiter ziehen noch ein paar stunden drauf also drei stunden dreieinhalb stunden in etwa habe ich es geräuchert und seitdem wende ich es immer nur so alle halben stunden und das ist für mich ein neuer versuch wie das ist eben mit dem eigenen saft und hier habe ich eben noch einen grill vorbereitet auch holzkohle und in diesem holzkohlen grill reizt sich den touch oben vor momentan bin ich auf direkter hitze hier natürlich auf indirekter hitze das sieht man auch gut mit 100 grad hier auf direkter hitze weil wir werden zuerst einmal das gemüse ansprutzeln und wollen auch die kalbs haxe wirklich angrillen und was danach kommt ist dass wir das ganze auch indirekt ein paar stunden weitermachen so ich habe hier schon gemüse geschnitten das gemüse das ich schon geschnitten habe ist der sellerie dann habe ich etwas lauch geschnitten ich habe hier jungen knoblauch dann habe ich noch karotten dann habe ich noch rettich und fenchel den fenchel den schneide ich jetzt den fenchel schneide ich sehr sehr ungern früher weil der sonst immer so hässlich anläuft wenn wir jetzt einfach in ein paar stücke schneiden fenchel ist etwas manche lieben manche hassen es ich kann davon nicht genug kriegen schneide das gemüse relativ grob weil das schmort doch recht lange mit und jetzt werden wir trotzdem den touch oben kurz einmal beiseite stellen ich habe hinten den gasbrink auch vorgeheizt dass der touch oben mir nicht auskühlt während ich da jetzt meine kalbs haxe angreie und ich habe hier jetzt eine gewürzmischung hergerichtet diese gewürzmischung war ganz lustig als ich sie gerochen habe eigentlich steht ja nicht rindfleisch oder irgendwas dabei sondern es steht ganz deutlich wild jetzt habe ich natürlich ich rieche mich also mich interessieren die verschiedenen gewürze und ich rieche mich da ein bisschen durch ohne jetzt vorab von dem was draufsteht zu entscheiden das genau dafür gedacht ist und als ich dann gerochen habe es war sehr interessant das passiert ich habe mir gedacht soll ich die kalbs haxe mit rotwein schmoren soll ich sie mit weißwein schmoren natürlich ist das eine entscheidung gibt beim kalb geht es in beide richtungen wenn es sehr jung ist dann ist weißwein passender wenn es ein bisschen ein größeres kalb ist dann passt auch schon der rotwein sehr gut aber jetzt kommt das interessante ich habe das gewürz gerochen und meine angewohnheit beim riechen das ist übrigens ein tipp so kombiniere ich die sachen immer wieder vorab ohne sie gekostet zu haben ist ich rieche eine sache und dann rieche ich es quasi gemeinsam und das interessante an diesem gewürz ist sobald ich den weißwein rieche verstärkt sich es nicht wirklich und wenn ich den rotwein dazu halte dann kommen plötzlich so ganz stark die aromen von wacholder und kakao heraus und das passt zudem so richtig gut dazu und da war es natürlich klar mit rotwein haben wir heute einen kärntner rotwein dazu genommen und jetzt wie gesagt werde ich einmal das ganze hier würzen und ich werde eine spur ein öl drauf tun damit das auch gut haftet so das streiche ich schön ein von allen seiten und natürlich muss ich bei einem schmorgericht nicht unbedingt angrillen ich mag halt röstearomen immer recht gern auch bei schmorgerichten das heißt in dem fall ich habe mich dafür entschieden wieder vorher anzugrillen und das gewürz drauf also vorsichtig muss ich natürlich auch sein das meiste vom gewürz werde ich dann ins schmorgericht hineintun und dann habe ich hier noch passend zu dem ganzen ein zirbensalz mit diesem zirbensalz salze ich meine haxe noch schön ein und jetzt werden wir die haxe eben von allen seiten einmal angrillen und was ich jetzt noch an zutaten hergerichtet habe ich habe da jetzt noch einen senf und zwar einen alten senf der mit den senfkörnern ist damit werde ich die soße verfeinern und wie gesagt hier habe ich jungen knoblauch und mit diesem jungen knoblauch wäre ich nicht wirklich was machen also ich gebe den ganz hinein den schmore ich im ganzen mit ich habe den schon jetzt öfter in einigen gerichten gekocht und der wird dann so richtig weich und ich brauche den wirklich nicht einmal irgendwie schneiden oder sonst was den tue ich einfach so wie er ist hinein und was man hier auch noch sieht ist ich habe einen Lorbeer Lorbeer gebe ich auch noch einen hinein jetzt einmal das ganze etwas drehen was auch jetzt noch ganz interessant ist ich zeige euch jetzt noch einmal hier das fleisch das ich grillen habe und zwar ich mache das eben für meine empanadas also diese empanadas werden mit verschiedensten sachen gefüllt die gibt es in allem nur erdenklichen dinge und wie gesagt ich mache sie mit pult pork und mit pult beef und die meisten gerichte in diese richtung wenn ich sie jetzt als gerichtes mache die mache ich ja mit verschiedenen gewürzmischungen wo die gewürzmischung natürlich bis zu einem gewissen grad im vordergrund steht hier steht aber nicht die gewürzmischung im vordergrund weil das nachher wird dann nachher in ein ragout mit hinein verarbeitet und da kommen dann wieder die gewürze dazu das heißt hier steht eigentlich der rauch im vordergrund und es ist eine relativ einfache methode das zu machen wenn ich brauche es nur rechtzeitig einsalzen sodass das salz so richtig schön hinein zieht und danach wird es einfach nur mit dem salz im eigenen saft immer wieder gewendet es nimmt sehr sehr schön die raucharomen auf das heißt diese raucharomen habe ich dann auch es geht eben darum dass es langsam gegrillt wird es wird natürlich auch gerne im backofen gemacht ich habe sie auf dem grill gemacht weil ich es da natürlich räuchern kann das kann ich im backofen nicht und sobald es dann fertig ist wird es eben einfach wie ein normales pult pork oder pult beef zerdrückt und als ragout weiterverarbeitet und das sind ganz köstliche empanadas also die mit pult pork sind mit rotwein zwiebeln und deswegen gibt es eben nicht tausend gewürze dazu weil der sud mit dem rotwein dann so interessant ist und das ist ein bisschen süß und knittert ein bisschen und deswegen ebenso natürlich wie möglich da sieht man schon die kalbshaxe kriegt schöne farbe dann werde ich da ein bisschen was von meinem lorbeer nehmen und mit verbrennen schneller sein und ein bisschen mehr rein tun bis ich dann verbrennen kann während der deckel zu ist der kerntnurrein den ich da genommen habe ist ein kräftigerer ist ein cuvée den kann man natürlich dann sobald das gericht fertig ist auch noch herrlich dazu genießen und herrlich dazu bringen jetzt werden wir da die kalbshaxe ein bisschen auf die seite schieben und den dartshafen wieder her tun dass wir da schmoren können da kommt jetzt in den dartshafen ein öl hinein dann schieben wir da mal zwiebeln hinein dann schieben wir da die knoblauchgmeulen dazu ein paar lorbeerblätter das sind jetzt frische lorbeerblätter lorbeerblätter sind kräftiger wenn sie getrocknet sind das heißt wenn man frische nimmt kann man ein bisschen mehr nehmen als wenn man getrocknete nimmt so und jetzt kommt das Gemüse dazu das einzige was ich für ein bisschen später aufhebe sind die Karotten weil die Karotten möchte ich nicht ganz so weich haben wie den Fenchel und den Sellerie aber nicht zu lange warten auch die sollen weich werden dann kommt ein Salz dazu ein bisschen jetzt machen wir noch Platz für die kalbshaxe die ich dann in meinen dartshafen hineinsetze und jetzt muss ich noch einmal arbeiten weil ich werde jetzt das ganze auf indirekte Hitze umbauen werde zwischen immer wieder schauen ob mir das heiß genug ist und wenn es zu kalt wird zum Beispiel kann man natürlich jederzeit drauf tun da oben die Kohlen drauf tun da hier aber kein Überbrachten nötig ist wird das hier auch nicht notwendig sein also hier sieht man schön die Körbe die in der Mitte sind die schiebe ich jetzt nach außen und ein bisschen runter setzen schön rein. Der erste Schritt, den ich jetzt lasse, also jetzt kommt am ersten noch kein Wein dazu. Ich werde jetzt den Deckel drauf und das eine Spur schmoren lassen. Das kommt noch hinein, gerade noch ein bisschen an die Müsse. Die Karotten, wie gesagt, wird ein bisschen später dazu. Den dreck ich auch. Den Deckel drauf. Und nach ungefähr einer Viertelstunde werde ich dann mit Rotwein aufgießen und eben noch ein bisschen Senf dazu tun. Und wichtig ist, bei dem Gericht, das dauert jetzt ungefähr zweieinhalb Stunden, ich muss immer wieder schauen, wie schaut es in meinem Datsch oben aus. Das wird das Ganze noch ein bisschen zusammengehen, der Deckel dann noch ein bisschen besser zu. Und wenn ich dann sehe, dass das Ganze ein bisschen zusammengegangen ist, ich muss immer kontrollieren, ob genug Eigenflüssigkeit da drinnen ist. Ist nicht genug drinnen, dann kommt natürlich noch Flüssigkeit dazu. Also am besten zum Beispiel eine Rindsuppe oder eine Knochensuppe und mit dem eben dann immer wieder aufgießen. Und ganz zum Schluss, wenn das fertig ist, was ganz gut ist, also was mir persönlich sehr gut schmeckt, ist, wenn man von Gemüse einfach nur ganz wenig mit dem Pürierstab aufmixt. Wenn man das mit dem Pürierstab aufgemixt hat, dann kommt noch, wenn man möchte, was cremiges dazu. Aber nicht das ganze Gemüse, sondern nur zwei, drei Mal mit dem Pürierstab in den Saft hineinfallen, dann bindet es ein bisschen mehr. Dann brauche ich nichts, was so in die Richtung geht, wie Mehl oder irgendwelche sonstigen Soßenbinder, weil ich das natürlich mit dem Gemüse machen kann. Gut, jetzt habe ich was vergessen, natürlich. So was passiert mit der Kamera. Ich muss natürlich noch ein bisschen mit dem Gewürz hinein tun. Jetzt habe ich zwar schon, das Gewürz fehlt noch. Ein bisschen dazu tun. So. Gehen wir noch mal durch. Gut, und da ich jetzt hungrig bin und noch so lange warten muss, bis ich mein Essen genießen kann, und dass es eben für morgen und morgen so ein Fleischtag ist, weil ich mir jetzt noch ein paar gute fleischlose Würste auf den Grill geben. Und ich hoffe, dass euch die Idee jetzt wieder gefallen hat und dass ihr was mitgenommen habt. Stellt Fragen, wenn ihr Fragen stellen möchtet. Also alles, was ihr wissen möchtet, ich beantworte es gerne. Wenn ihr irgendein Rezept braucht, gerne gebe ich euch auch das Rezept, stelle ich euch das Rezept zur Verfügung. Ihr könnt es jederzeit fragen. Bitte teilt die Videos, bitte liked die Videos. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche am Dienstag wieder um 19.20 Uhr zu dem nächsten Live-Video sehen und beim nächsten Live-Video eine neue Idee gemeinsam anschauen. Bis zum nächsten Mal.